Hallo zusammen, beim letzten Mal habe ich Ihnen ein bisschen was darüber erzählt, wie man philosophische Texte lesen sollte. Und heute wollen wir damit anfangen, das auch mal in die Praxis umzusetzen und uns den ersten unserer Aufsätze anschauen. Das heißt, wir werden uns heute und auch in den nächsten beiden Wochen mit dem Aufsatz von Thomas Nagel, Wie ist es, eine Fledermaus zu sein, beschäftigen. Erschienen ist der Aufsatz schon 1974. Und ohne Zweifel ist das Thomas Nagels berühmtester Aufsatz. Auch heute ist es noch einer, der viel gelesen und viel diskutiert wird. Und man kann sagen, es ist eine Art moderner Klassiker für die Philosophie des Geistes geworden. Gut, in diesem Video hier und in den weiteren dann natürlich auch, will ich Ihnen jetzt einige Stellen herausgreifen aus diesem Text und versuchen, die etwas vertieft zu erklären. Also an einzelnen exemplarischen Stellen versuchen, dieses intensive Lesen, von dem ich beim letzten Mal gesprochen habe, mit Ihnen durchzuexerzieren. Heute soll es vor allen Dingen um die einleitenden Passagen gehen, also um die Hintergründe insbesondere und auch das Problemfeld, in dem sich Nagels Aufsatz bewegt. So, beginnen wir doch gleich mal mit dem allerersten Satz. Da schreibt Nägel, es ist das Thema Bewusstsein, welches das Leib-Seele-Problem wirklich vertrackt macht. Leib-Seele-Problem? Was ist das? Sie erinnern sich vielleicht an das letzte Mal, dass ich Ihnen gesagt habe, es ist wichtig, den Kontext eines Textes zu finden, also rauszuwinden, innerhalb welches Problemfeldes man sich bewegt. Hier ist die Sache ganz einfach. Nägel liefert uns freundlicherweise das Thema, also den Kontext seiner Untersuchung gleich frei Haus. Im allerersten Satz ist das Leib-Seele-Problem. Aber was ist dieses Leib-Seele-Problem? Nun, wahrscheinlich haben Sie schon das ein oder andere Mal davon gehört, das Leib-Seele-Problem. Das ist ein klassisches Problem der Philosophie, in dem es ganz einfach, simpel gesagt, um das Verhältnis von Körper und Geist beziehungsweise von physischem und psychischem geht. In seinen Anfängen geht dieses Leib-Seele-Problem mindestens mal bis in die Ursprünge der griechischen Philosophie zurück, also bis zu Platon und Aristoteles. Und mit Descartes aller spätestens bekommt es dann seine zentrale Rolle für die Philosophie, die es auch heute noch hat. Grundsätzlich geht es beim Leib-Seele-Problem um die Frage, sind physische und psychische Dinge voneinander abhängig oder unabhängig? Nun, auf eine solche Frage gibt es grundsätzlich zwei mögliche Antworten, nämlich erstens ja und zweitens nein. Wenn Sie der Meinung sind, ja, die sind voneinander abhängig, dann würden Sie eine monistische Theorie vertreten. Wenn Sie hingegen der Meinung sind, die beiden sind voneinander unabhängig, dann würden wir das einen Dualismus nennen. Also diese beiden großen Antwortoptionen haben Sie im Feld der Leib-Seele-Frage. Den Monismus oder die monistischen Theorien, sagen wir es besser so, und die dualistischen Theorien. Innerhalb dieser beiden großen Strömungen kann man dann natürlich noch mal differenzieren, um was für eine Art von Monismus oder Dualismus es sich handelt. Grundsätzlich kann man da so im Monismus zwei bis drei größere Gruppen unterscheiden. Also einmal hätten wir da den Physikalismus. Das ist diejenige monistische Theorie, die sagt, das Psychische ist das Physische. Also das Physische kann reduziert werden, erklärt werden durch das Physische. Die umgekehrte Variante davon, das ist der Idealismus. Der Idealismus sagt, das Physische ist das Psychische. Das heißt, das Physische muss in Wirklichkeit reduziert werden auf das Psychische. Diese Position ist nicht ganz so populär in der Philosophie. George Barclay wäre so einer, den man klassischerweise als Vertreter eines solchen metaphysischen Idealismus ansieht. Daneben gibt es noch das hässliche Endline. Die dritte Variante, den neutralen Monismus, der sich nie so wirklich durchgesetzt hat. William James und Bertrand Russell haben das zeitweise vertreten. Das ist die Theorie, dass es eine einzige Substanz gibt, die sich sowohl als psychische als auch als physische Substanz manifestieren kann. Das wären ihre Optionen im Bereich des Monismus. Im Bereich des Dualismus gibt es dann zwei mögliche Varianten. Erstens den Substanzdualismus, wie ihn zum Beispiel ein Descartes vertreten hat. Der behauptet, es gibt zwei grundsätzlich voneinander verschiedene Substanzen. Die physische Substanz und die psychische Substanz. Während ein Eigenschaftsdualismus sagen würde, es gibt nur eine einzige Substanz. Aber diese eine Substanz kann verschiedene Eigenschaften haben. Nämlich sowohl psychische als auch physische Eigenschaften. Das ist also das Problemfeld. Und jede dieser Positionen in diesem Problemfeld hat natürlich ihre eigenen Schwierigkeiten, mit denen sie sich rumschlagen muss. Die Grundfrage für alle monistischen Theorien ist natürlich immer, wie soll diese Reduktion funktionieren? Wie kann ich denn zwei so verschiedene Sachen, wie das Mentale und das Körperliche, aufeinander reduzieren? So ohne weiteres liegt das ja nicht auf der Hand. Das Grundproblem der dualistischen Theorien ist immer, wie soll denn Interaktion zwischen Körper und Geist möglich sein? Wir wissen, dass Körper und Geist miteinander interagieren können. Denn wenn ich jetzt beschließe, in die Hände zu klatschen, dann bewegen sich meine Hände und klatschen ineinander. Wie kann es sein, dass ein geistiges Ereignis ein physikalisches Ereignis auslöst? Wenn doch beides vollkommen verschiedene Substanzen sind. Gut, es herrscht also kein Mangel an Lösungsversuchen in diesem Feld des Leib-Seele-Problems. Nägel sagt uns, ja, aber das eigentliche Problem, das ist das Bewusstsein. Was meint er denn eigentlich mit Bewusstsein an dieser Stelle und warum ist das Bewusstsein so problematisch? Nun, am besten gucken wir dazu auch nochmal kurz in den Text rein. Ein bisschen weiter unten auf der zweiten Seite in ihrer Ausgabe schreibt er, die Tatsache, dass ein Organismus überhaupt bewusste Erfahrung hat, heißt im Wesentlichen, dass es irgendwie ist, dieser Organismus zu sein. Das ist eine sehr bekannt gewordene Formulierung, die der Nägel hier gefunden hat und die auch intuitiv, finde ich, sehr gut verständlich ist. Bewusstsein, das heißt, es ist irgendwie, dieses bewusste Wesen zu sein. Also Bewusstsein sollten wir nicht verwechseln mit irgendeiner Form von, sagen wir mal, Verhalten oder mit der Fähigkeit zu interagieren mit anderen, so wie wir das vielleicht machen würden, wenn wir sagen, jemand ist bei Bewusstsein im Gegensatz zu, er schläft gerade. Also, wer gerade schläft, der ist nicht bei Bewusstsein und das erklären wir dadurch, dass er ja nicht reagiert, wenn ich ihn anspreche oder sich nicht willkürlich bewegen kann oder so etwas. Aber das ist nicht das, was gemeint ist für Nägel. Bewusstsein heißt ganz einfach, es fühlt sich irgendwie an, dieses bewusste Wesen zu sein. Mit einem anderen Wort könnten wir das so ausdrücken, Bewusstsein ist Subjektivität. Es fühlt sich irgendwie an, dieses Wesen zu sein, das heißt, ich bin das Subjekt der Erlebnisse dieses Wesens, das ich bin. Verdeutlichen wir uns das vielleicht mal an einem kleinen Beispiel. Vergleichen Sie einmal mich mit der Kaffeetasse, die ich hier auf meinem Schreibtisch stehen habe. Ich bin ein bewusstes Wesen, ich habe ein Bewusstsein, ich bin ein Subjekt von Erlebnissen. Für mich sind bestimmte physikalische Ereignisse in mir und um mich herum irgendwie. Es fühlt sich irgendwie an, Subjekt dieser physikalischen Ereignisse zu sein. Für die Kaffeetasse hier fühlt sich nichts irgendwie an. Auch die Kaffeetasse unterliegt bestimmten physikalischen Ereignissen. Also zum Beispiel sitzen wir beide, ich und die Kaffeetasse, im gleichen Raum und sind der gleichen Raum- oder Lufttemperatur ausgesetzt. Für mich fühlt es sich irgendwie an, von einer so und so temperierten Luft umgeben zu sein. Also vielleicht fühlt es sich irgendwie ein bisschen kühl an oder sowas. Für die Kaffeetasse nicht. Für die Kaffeetasse ist es nicht irgendwie, in diesem so und so temperierten Raum zu sein. Sie ist einfach da drin und ja, das war's. Also wir wissen aus eigenem Erleben so mehr oder weniger, was Nagel mit seinem Es-ist-irgendwie meint. Wir verstehen Nagel, wenn er uns das sagt. Bewusstsein heißt, dass es sich so und so anfühlt, ein Wesen zu sein. Allerdings haben wir Schwierigkeiten, präzise zu sagen, was damit gemeint ist. Intuitiv ist es ganz klar, was er meint. Wir alle kennen das aus eigener Erfahrung, was Bewusstsein heißt. Aber wir können es nicht wirklich erklären. Nagel nennt das dann, ein bisschen weiter unten, den subjektiven Charakter. Und sagt, Bewusstsein, ja, das ist dieser subjektive Charakter. Weiter heißt es dann, an dieser ersten Stelle hier, reduktionistische Analysen von Bewusstsein. Und er bringt eine ganze Reihe Beispiele von solchen reduktionistischen Analysen in anderen Gebieten. Also Gen und DNS und so weiter. Er sagt, diese reduktionistischen Analysen, die sind zweifelhaft. Und da müssen wir uns jetzt fragen, was heißt denn eigentlich Reduktionismus? Was ist das, eine reduktionistische Analyse? Nun, grundsätzlich versteht man unter Reduktionismus einfach nur die These, dass bestimmte Dinge oder Eigenschaften, die scheinbar voneinander verschieden sind, in Wirklichkeit identisch sind. Wenn sie identisch sind, dann kann ich die einen Dinge durch die anderen erklären. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich eine ganz einfache und uns allen sehr gut vertraute Sache. Nehmen wir mal eines der Beispiele, die Nagel selbst verwendet, und exerzieren das mal durch da dran. Er spricht vom Beispiel Blitz und elektrische Entladung. Wir stellen uns die simple Frage, was ist das eigentlich, ein Blitz? Gut, früher mögen unsere Vorfahren vielleicht geglaubt haben, dass da irgendwo auf dem Olymp in den Wolken der Göttervater Zeus sitzt und der schleudert dann die Blitze auf uns herunter und erklärten sich so, was Blitze sind. Aber das ist keine besonders gute Erklärung. Sie ist nämlich zum einen relativ kompliziert, denn sie zwingt uns dazu, irgendwelche unsichtbaren Wesen im Himmel anzunehmen, die Blitze schleudern können und die man auch ansonsten irgendwie nicht sehen kann und die sonst nicht wirklich beobachtbar sind. Und zum anderen erklärt sie eigentlich auch gar nicht, was wir wissen wollen. Sie erklärt uns nicht, was ein Blitz ist, sondern sie sagt nur, wo er herkommt, aber nicht, was da eigentlich passiert. Eine reduktionistische Analyse ist da viel eleganter und auch viel einfacher, wenn wir reduktionistisch denken, dann versuchen wir, den Blitz durch etwas zu erklären, was wir schon kennen. In dem Fall wären das ganz einfach die Naturgesetze der Elektrizität. Ein Blitz, sagen wir dann, das ist eine elektrische Entladung zwischen den Wolken und der Erde. Punkt. Blitze und elektrische Entladungen sind also nicht zwei verschiedene Dinge, sondern sie sind eigentlich das Gleiche. Also elektrische Entladungen, die wir vielleicht aus irgendwelchen anderen Kontexten kennen. Also wenn Sie sich mit einem Luftballon an den Haaren reiben und dann so einen kleinen Funken erzeugen, ist das eine elektrische Entladung. Und ein Blitz ist im Prinzip nichts anderes. Es sind die gleichen Sachen, nur in verschiedenen Kontexten. Wenn ich also verstehen will, was Blitze sind, dann muss ich nur verstehen, wie elektrische Entladungen funktionieren. Das heißt, ich kann mit Hilfe elektrischer Entladungen vollständig erklären, was Blitze sind. Wir brauchen keine besonderen Blitzgesetze oder so etwas. Wir müssen nicht das Wesen des Blitzes ausfindig machen, sondern ganz einfach alle die Gesetze, denen die Blitze unterliegen, also die Naturgesetze, die erklären, was Blitze sind, die sind bereits in den Naturgesetzen enthalten, die wir kennen, in den Gesetzen der Elektrizität. Das Wichtige an der Stelle ist jetzt alles, was es über Blitze zu sagen gibt, über ihre Eigenschaften, ihre Entstehung und so weiter und so fort, das kann ich verlustfrei übersetzen in die physikalische Sprache der Elektrizität. Es geht also nichts verloren. Alles das, was sich über Blitze sagen lässt, kann genauso, wie es in der alltäglichen Sprache ausgedrückt wird, in der Sprache der Elektrophysik ausgedrückt werden. Wenn es funktioniert hat, habe ich eine reduktionistische Erklärung von Blitzen vorgelegt. Wenn ich einfach sage, Blitze sind elektrische Entladung. Reduktionismus ist uns allen sehr gut vertraut, denn der Reduktionismus ist eine der wichtigsten Methoden der Naturwissenschaft und als solche auch ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Warum sollte dann also eine solche reduktionistische Erklärung nicht auch für das Leibseeler-Problem funktionieren? Das ist ja gerade die Theorie des Physikalismus. Der Physikalismus sagt, das Bewusstsein ist reduzierbar auf physische Dinge und die physischen Dinge, um die es hier geht, das sind insbesondere die Aktivitäten des Gehirns. Das ist gar nicht anders als bei Blitzen. Alles, was wir über Gedanken, Gefühle, irgendwelche anderen mentalen Zustände und so weiter sagen können, Das, behaupten die Physikalisten, kann verlustfrei reduziert werden und übersetzt werden in die Sprache von Hirnaktivitäten. Also im Prinzip, sagen die Physikalisten, müsste es möglich sein, meinen Gedanken, ich möchte morgen gerne Döner essen, komplett verlustfrei zu übersetzen, eine sehr komplizierte Aussage vermutlich, über bestimmte Vorgänge, die in meinem Gehirn passieren. Und beide sollten im Prinzip das Gleiche bedeuten und den gleichen Inhalt haben und nichts mehr kann in dieser Aussage, ich möchte ein Döner essen, enthalten sein, als in der Aussage enthalten ist, was gerade in meinem Gehirn passiert. Nagels These ist jetzt allerdings, Subjektivität und Bewusstsein werden durch diesen Reduktionismus nicht erfasst. Und das ist das Problem, das wir uns jetzt gleich genauer anschauen müssen. ... ... ...